Jetzt Bonus kassieren auf admiralbett.de Servus, mein Name ist Ingmar Merle vom KSV Hessen Kassel. Mein Name ist Brian Schwächel, auch vom KSV Hessen Kassel. Und wir tippen heute den elften Spieltag in der Hessenliga. Gießen-Ederbergland 4-0. Gießen-Ederbergland 3-0. Rot-Weiß-Hattermar Barockstadt 2-2. 1-3. Viktoria Griesheim, Waldgürmes 1-3. 0-3. VfB Ginsheim, SV Bochonia Flieden 1-2. 1-1. Und FC Bayern Alzenau gegen die Spielvereinigung Neu-Isenburg 3-1. 2-0. Das war's. Jetzt mitmachen und Tippkönig werden. Wie könnt ihr mitmachen? Schreibt uns eine Mail mit euren Infos und schon könnt ihr den Spieltag eures Teams tippen. Der Sieger erhält am Ende der Saison einen attraktiven Preis von unserem Partner Admiral Sportwetten. Wir freuen uns auf eure Tipps. Auf Wiedersehen. G Servus undtillverteilen Gäste. In der Saison 1.